Wie weit kannst du spritzen und wo liegt dein Rekord? Es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie ausprobiere und riskiere. Was heißt riskiere? Blödsinn. Das ist nicht irgendwie die Sache, dass ich das ausprobiere und gerade irgendwie messe, wie weit ich das mache. Das längste, was ich weiß, ist einmal quer durchs Badezimmer. Jetzt muss man jetzt denken, natürlich einige, die vielleicht ein riesen Badezimmer zu haben. Was? Verdammt! Aber so groß ist mein Badezimmer nicht. Ich glaube, mein Badezimmer hat einen Durchmesser von 4, vielleicht 4,5 Meter. Und ich war auf der Badewanne gesessen, die an der Wand steht. Das heißt, da muss man noch mal mindestens 1,5 Meter abziehen. Also keine Ahnung, mein Rekord liegt bei ungefähr 2, vielleicht 3 Meter.